Es ist Tag 1, nach der zweitägigen Tollplosion 2. Damit herzlich willkommen, liebe Masters-Fans, liebe Masters-Gemeinde, zu diesem Giganten-Fantum. Denn ich möchte mit diesem Video euch meine Impressionen, also meine persönlichen Eindrücke mitteilen, die ich auf der Tollplosion 2 hatte. Es gibt noch zwei Videos zur Tollplosion 2, die werden in den nächsten Tagen hier auf meinem YouTube-Kanal stattfinden. Aber ich dachte mir jetzt schon mal, ich erzähle euch mal ein bisschen, was ich so bei der Tollplosion 2 erlebt habe. Aber bevor ich dieses nun mache, muss ich sagen, ich habe noch Post bekommen. Und zum einen aus Frankreich, das möchte ich nochmal schnell einpflegen, denn ich habe mir bei Ebay etwas Tolles gekauft. Und zwar, ihr kennt ja, das habe ich auch schon mal hier auf meinem Kanal vorgestellt, tolle Sammlerfiguren von Altaia. Und diese Masters-Figuren im Filmation-Style gibt es leider nur unter anderem nur in Frankreich. In Deutschland sind sie nie offiziell erschienen, man muss sich das Ganze immer importieren oder bei dem einen oder anderen User bei Ebay muss man sich dieses bestellen. Das habe ich auch diesmal gemacht und das kam genau an, wo ich auf der Tollplosion war. Jetzt habe ich mir beim Paketshop, habe ich mir die Figuren abgeholt, weil es gibt ja Figuren, die finde ich richtig cool. Es gibt ja viele Figuren, ja. Zum Beispiel hier, hier, Shadow Weaver, ja. Shadow Weaver, die böse Hexe an der Seite von Hordak, die habe ich mir geholt, weil die fand ich so richtig cool. Ja, ich als alter Shadow Weaver-Bewunderer musste sie haben. Auch hier die Brüste wieder sehr, sehr, sehr üppig ausgestattet, ja. Und ich habe mir als alter Webster-Fan, habe ich mir auch hier Webster geholt, ja. Das Ganze war denn mit 13 Euro Versand aus Frankreich, hat es mich circa 59 Euro zusammengekostet. Ist natürlich ein stolzer Preis, aber ich finde auch auf alle Fälle gerechtfertigt, ja. Das wollte ich euch nochmal am Anfang erzählen. Dann hatte ich mir noch, das kam leider auch bei mir an, wo ich auf der Tollplosion war. Auch da musste ich in einen nahegelegenen Paketshop gehen. Und zwar hier, äh, Necroconda. Ja, Necroconda ist bei mir eingetroffen. Werde ich auch natürlich zeitnah eine Review machen. Und das Ganze hatte ich dann gesehen bei, äh, Ebay, äh, von, äh, von Comicbox.de, ja. Und ich kannte das, äh, dieses Online-Unternehmen gar nicht. Aber, das hatten sie mir denn, äh, das hatte ich vor anderthalb Wochen bestellt. Und das hatten sie mir denn Mitte der Woche verschickt, ja. Und nun liegt es bei mir vor. Auf der Tollplosion 2 hat der eine oder andere, ja, auch diese Figuren gehabt. Habe ich leider nicht entdeckt, leider. Aber, mal zur Seite, ich wollte euch das mal kurz zeigen. Wie gesagt, es kommt, du siehst dann aus, ja. Zumindest die Rückseite. Ludwig ist auch total happy, das ist nämlich auch gerade hier. Weil er durfte natürlich nicht mit zur Tollplosion. Viele haben gefragt, wo ist denn Ludwig? Ja, das kann man dem Tier ja nicht antun. So, hier, Necroconda. Richtig tolle Figur, ja. Ist zwar keine wichtige Figur, dazu habe ich eigentlich auch gar keinen Bezug. Aber die sah schon cool aus. Und das Coole ist, sie hat auch einen, äh, Glow-in-the-Dark-Effekt. Das werden wir uns in den nächsten Tagen auch mal anschauen. Aber es wird ein bisschen später werden, weil ich muss ja so viel machen. Ich muss noch die Videos der Tollplosion, muss ich, ähm, schneiden. Und das wird hoffentlich, das erste Video wird hoffentlich morgen online gehen. Und nochmal als kleiner Teaser, ihr werdet gleich noch am Schluss des Videos, werdet ihr noch den einen oder anderen Eindruck nochmal erhaschen. Weil ich werde noch ein paar Bilder, werde ich euch nochmal zeigen. So kleine, äh, äh, Previews, ja. So ganz kleine Ausschnitte werde ich euch zeigen, ne. Da ist der Ludwig, sagt immer, guten Tag. Ja, der Ludwig, der wurde gut umsorgt in der Zeit, wo wir auf der Tollplosion 2 waren, ne. Hat uns denn aber auch trotzdem vermisst. Ja, dann werde ich euch natürlich auch zeigen, Sachen, die ich da bekommen habe auf der Tollplosion. Da gab es ja auch das eine oder andere, was ich mir vorbestellt hatte. Aber auch das eine oder andere, was ich mir denn da geholt habe. Und, ähm, da musste ich mir ein T-Shirt holen. Und zwar beim jedem Björn Korthoff, ja. Der hatte auch da einen Stand. Und der hatte dieses tolle Meister des Universums-Shirt, hatte er. Ja, und, äh, das hat mir schon, er hat ja so ein Foto gepostet, ich glaube, einen Tag vor der Tollplosion war es, äh, wo er das gezeigt hatte. Und ich war sofort drin verliebt, schon, weil alleine, das ist einfach so banal, ne. Meister des Universums, ja. Liegt so nah, da musste ich haben, ja. Ja, werdet ihr bestimmt in einem oder anderen Video, in Reviews oder was auch immer, werdet ihr es ab und zu auch mal sehen, gehe ich von aus. Ähm, dann hatte mir auch, das war auch so abgefahren, ich war dann auch am Stand der Retrofabrik. Damit auch liebe Grüße zu euch hin nach Duisburg. Retrofabrik, weil die hatten ja, ähm, hatten einen Stand. Ja, die sind ja auf jeder Konsens gefühlt. Und sie haben da schon, ja, eine Woche vor Release, haben sie, ähm, ihr zweites Hörspiel hatten sie da mitgebracht für uns. Das muss man gucken, ich habe hier einen Karton vorbereitet, wo ich die ganze Sache reingetan habe. Äh, da fällt mir schon gerade, das zeige ich euch gleich. Ähm, da hatten sie dieses zweite Hörspiel, konnte man da schon kaufen. Und zwar heißt es ja, die Burg der Zeitlosen. Das wird denn demnächst, äh, ich glaube in dieser Woche kann man das schon vorbestellen und soll Ende des Monats, soll es ja, äh, rauskommen. Und hier auch nochmal das Mediabook, ja, da freue ich mich so drauf. Ich werde es natürlich auch auf meinem Kanal reviewen. Auch da muss man ein bisschen Zeit haben, weil das ist schon alles so zeitintensiv, aber schön, ne. Habe ich mich mega gefreut, ja, bei den Jungs, das bekommen, nochmal liebe Grüße. Und dann gab es auch noch da ein Plakat und zwar zum, zum zweiten Cover des, ähm, des Condor-Sammelbandes der Masters. Ja, das war dieses, bei der Neuauflage war dieses Cover zu sehen. Das gab es auch als Poster, gab es gratis, ja, konnte man sich da mitnehmen. Musste ich natürlich haben, weil es, das ist ja auch cool, jetzt guckt euch das mal an, das ist ja richtig geil, ne. Sogar, sogar besser als das erste Cover der Erstauflage des Sammelbandes. Das war dann in der Retrofabrik, ja, so cool. Und dann bin ich irgendwie, irgendwie im Laufe der Messe am Samstag, ja, kam denn der Frank hinterhergelaufen von der Retrofabrik und sagt, schaust du eigentlich gar nicht in deine E-Mails? Ich mach's eigentlich schon, nur das ist sehr wahrscheinlich, ist mir die Mail durchgegangen, weil ich hatte gewonnen. Auf dem, äh, großen, auf der großen Weltpremiere hier im Kino, wo die Retrofabrik das erste Hörspiel, ähm, vorgestellt haben und wo wirklich 200 Leute da im Kinosaal saßen und sich das Hörspiel angehört haben, äh, im Netz des Bösen, konnte man vorab und auch im Nachhinein konnte man seine E-Mail-Adresse hinterlassen und sie haben dann T-Shirts, äh, verlost und zwar mit dem Cover der Folge. Jetzt guckt euch das an. Und ich hatte das gar nicht gesehen, dass ich dieses gewonnen habe, ja. Und es sieht aber wirklich sehr groß, bin ich so dick geworden. Das ist XL, das sieht ja aus wie ein Zelt. Ist das ein Zelt? Nein, das ist mein T-Shirt. Es ist, ja, versink ich doch drin, ist doch kein XL, Kinder. Hier steht XL drauf. Mein Gott, da ist ja, da kann ich ja, mein Gott, da kann ich die ganze Wohnung ja, äh, verdunkeln mit. Na geil. Ein cooles Cover, hab ich mich gefreut, war total überrascht, weil ich hatte es ja schon im Vorfeld gesehen, dass da ein oder andere gewonnen hatte, so ein T-Shirt. Dann sage ich auch, schade, hab ich gar nicht gewonnen. Hab mich aber gefreut da drüber. Aber jetzt hab ich das Shirt auch, freu ich mich, wird auch bestimmt in einer der nächsten Videos auftauchen. Angezogen, ja. Ich liebe ja solche, äh, nerdigen Comic-Shirts, liebe ich. Ähm, und dann war ich natürlich auch unterwegs, das hab ich jetzt erstmal nur ein Exemplar geholt. Äh, der Puppengeist war ja mit da, ja. Er hatte ja einen Stand, ja, wieder mal wie letztes Jahr ein, äh, Barbie-Customer-Stand. Ja, da hat er ja Barbies natürlich ein bisschen verändert, in Szenerien gesetzt, wo man denkt, hm, bisschen gewagt, ja, aber trotzdem cool. Ja, der hat ja auch seine Fanbase gehabt, zu Recht. Und wo ich gedreht habe, fiel mir etwas auf. Aus der Seite heraus, ja, hab ich denn unter anderem, ich hab ihm zwei Barbies geholt. Bei der einen weiß ich nicht, ob ich die wirklich geben soll, weil die find ich selber cool. Und deswegen zeige ich euch die jetzt hier mal. Ihr wisst ja, ich bin ja so ein großer Batman-66-Fan, ja. Die Serie aus den, hm, aus den 1966 mit Adam West ist ja für mich, also das ist für mich Batman. Und keine Diskussion, ich weiß, es gibt viele, die sagen, oh, das ist ja toller, toller Trash. Ja, ist Trash. Aber für mich gut gemachter zum Abschaltenden Trash. Also gedanklich abschaltend. Und da sah ich beim Dreh heraus, sah ich eine tolle Barbie. Und das passt natürlich herrlich dazu, zu meinem Thema, denn, guckt euch mal an, hier, Batgirl. Und so sieht Batgirl wirklich auch in der Serie aus. Was hat Mattel denn da erschaffen? Das ist ja eine kleine Retro-Barbie, Anführungszeichen. Ich dachte, das müsste so in den 90, äh, 1980er gewesen sein, dass sowas hergestellt worden ist. Nein, die Bestempelung ist von 2003. Also nicht so ganz retro, aber schon, guck mal, das sind ja jetzt 21 Jahre her. Ich wusste gar nicht, dass sowas Tolles hergestellt worden ist. Auch die Rückseite hier, da sieht man auch unter anderem Wonder Woman, die wurde auch hergestellt. Die Frage für mich ist, vielleicht ist der ein oder andere Batman, äh, Barbie-Experte unter uns, der mir vielleicht unten in die Kommentare reinschreiben kann oder wahlweise auch per PN über Facebook und auch Insta oder Trads. Ja, da kann ich mal einblenden nochmal. Ich blende mal ein, wo ihr mich erreichen könnt. Ob es davon auch Adam West gibt, ja, das würde mich manchmal sehr interessieren, weil ich hätte auch gerne ein Batman in Barbie-Style. Weil das sieht ja schon richtig hochwertig aus, auch der Camp-Suite, was hier anhat. Nice. Nein, du redest jetzt nicht, der Puppenreis. So, nein. Nein, du schenkst das nicht geschenkt. Das bin ich noch unsicher, weil das finde ich eigentlich so cool, das möchte ich eigentlich ihm gar nicht schenken. Ich habe sie gefunden. Dann habe ich ihm noch eine Barbie, hat er mir jetzt alles angeschleppt, ja, noch eine Barbie, eine Pock-Barbie. Und ich wusste gar nicht, weil ich habe das einfach gekauft. Und der Mario war es, glaube ich, war es der Mario, der sagte, Pock, guck mal, Pock, da sind ja so Pocks sind hier drin. Da hat er mal, glaube ich, ein Video gemacht auf seinem Kanal, kennt ihr noch. Damit auch schöne Grüße zu dir hin, Mario, samt deiner Freundin und dem, ähm, und auch seinen Kompanion, dem Mando. Den habe ich mich auch da gesehen. Er lief da wieder schön kostümiert rum. Was gibt es jetzt noch zu sagen? Und das habe ich ihm auch noch geholt. Und er hatte mal, glaube ich, mit einer der ersten Videos von seinem Kanal, hat er über Pocks was gemacht. Und er war davon fasziniert. Da kann der Puppengeist auch wieder mitnehmen. Und dann hat er natürlich, Puppengeist hat ja mittlerweile, dank mir, auch einen Namen bekommen. Und dann gab es auch ganz tolle Zuschauer, auch Leute, die den Puppengeist und seine Arbeit schätzen wollten, wertschätzen. Und dann haben sie ihm zum Beispiel hier eine Sunflower von Steffi Love, haben sie ihm gewählt. Danke! Danke nochmal. Die hatte ich noch nicht. Und er ist ja auch, nebenbei ist er nicht nur Barbie-Fan, er mag ja auch Steffi Love, was mich natürlich manchmal so entrüstet, weil ich finde die eigentlich minderwertig, aber egal. Aber das fand ich toll und er fand das toll und sagt nochmal Danke, wie gesagt, dass die Leute an ihn gedacht haben. Ach, beim Björn Korthoff muss ich auch nochmal sagen, beim Björn, der mir das tolle T-Shirt gemacht hat mit Meister des Universums, da habe ich auch noch an seinem Stand, habe ich noch diese tolle Kerze geholt von Ken. Guck mal, das ist das Logo von Ken, also von Barbie und Ken. Und wenn jemand Lust auf die Kerzen hat, Carina mit K, Carina Kendall bei Instagram. Carina Kendall, Kendall Insolvent, Carina Kendall, bitte sehr. Der hatte auch nicht nur Ken, sondern auch Barbie, die war aber leider sehr schnell verkauft. Und Captain Future, Björn, ich habe vergessen, ich wollte eigentlich eine Captain Future Kerze haben. Nimm mal Kontakt zu mir auf und dann kommen wir ins Geschäft. Ich möchte noch so eine tolle Captain Future Kerze haben. Da war nämlich das große Future-F drauf. Und ich habe mit ihm gesprochen, ich habe ja immer sehr viel gesprochen auf der Con, sehr viel. Ich kann manchmal gar nicht zum Drehen oder zum Essen, zum Trinken oder mal auf dem Stand aufpassen. Das war am Samstag sehr extrem. Sonntags war, da war ich öfter am Stand. Und da musste ich ja leider alleine drehen, weil der He-Fan hat mit mir, liebe Grüße auch zu dir hin nach Leverkusen, lieber He-Fan, hatte nur mit mir am Samstag gedreht. Und am Sonntag musste ich die Kamera machen, inklusive Moderation. Und einmal hat sogar Master Olli und Poking Joe haben, beziehungsweise Master Olli von Master Olli und Poking Joe, hatte mir mal die Kamera gemacht, wo ich denn den Poking Joe interviewt habe. Und ziemlich gut, ja. Und da sind wir auch schon wieder beim Thema, ja. Poking Joe und Master Olli, denn Poking Joe hatte am Stand von denen, das war auch wirklich, der war sechs Meter lang. Da hatten die auch sehr viele Exponate und die hatten auch ihre Sachen angeboten. Und ich habe gehört, sonntags um 11 Uhr war schon alles verkauft von den tollen Customize, was sie machen, rund um das Thema Masters. Ich hatte auf meinem Kanal ja auch öfter mal von den beiden berichtet. Aber da stand eine Sache auf dem Tisch, die war gar nicht verkäuflich eigentlich. Das war eigentlich vom Poking Joe einfach mal so beim Fernsehen gucken, hat er gesagt, ach komm, da mache ich mal irgendwas in 3D und bemale das. Und das sah ziemlich cool aus. Das wollte ich unbedingt haben. Mit einem kleinen, ja, ich musste natürlich meine Augen, müssen so gucken, so lieb gucken, mit meinem kleinen Chihuahua-Blick. Ja, guck mal, ich habe dann so geguckt wie hier, komm mal her, Ludwig. Der tappst hier nämlich rum. Der Ludwig, da habe ich geguckt, so die Poking Joe. Und Poking Joe sagt, okay, das bekommst du. Aber erst, kurz vor Ende, der Messe am Sonntag. Und was hat der mir gegeben? Ich habe es ja schon auf meinen Facebook-Seiten geteilt. Hier, guckt euch das mal an. Eine kleine He-Man-Statue. Und jetzt aufgemerkt. Dieses Teil sieht so aus, als würde das aus den 80ern als Original-Merchandise von Mattel entspringen. Und, aufgemerkt, liebe Mitarbeiter von Mattel USA, falls ihr dieses sehen solltet, natürlich, wenn sie das nicht sehen, klar, die gucken nicht meinen Kanal. Das ist doch so der kleine, dicke Junge aus Düsseldorf in Germany, ne, in Old Good Germany. Interessiert die ja nicht. Interessiert die ja nie, was die Leute, das interessiert sich null, was die YouTuber sagen oder die Kunden, die verkaufen nur. Aber, falls jemand mal dazuschauen sollte durch Zufall oder einen Screenshot machen, den das schickt, so einen Kopf, das bekommt Poking Joe hin. Und viele emsige Mitarbeiter von Mattel oder auch damals von Super 7, von Mondo etc. bekommen es nicht hin. Es geht. Wie man sieht, dieser Kopf sieht aus wie damals aus den 80ern. Unser, ja, unser He-Man aus der Kindheit. Guckt mal da. Es funktioniert. Deswegen verstehe ich nicht, immer wenn ich einen He-Man auspacke in meinen Sendungen, ist ja immer bei mir immer das zentrale Thema Kopf, Gesichtsausdruck. Der hat bis jetzt nie zu 100% gestimmt, ja. Und hier als normaler Vintage-He-Man nie. Aber hier, wie geil ist das? Es ist so, da habe ich mich, das war mein absolutes Highlight in den ganzen zwei Tagen Tollplosion, was ich da geholt habe. Ja, ah, und da hatte ich gestern Gänsepelle, wo der Poking Joe mir das überreicht hat, ja. Oh, immer noch. Herrliche Figur, ne. Und das hat er wirklich nebenbei gemacht. Er hat sich einen 3D-Druck gemacht, der war in weiß. Ja, diese weiße, unbemalte Variante hat denn Master Olli bekommen. Ja, der will sich ihn auch bemalen. Und der hat mir gesagt, er wird ihn sich auch so bemalen. Weil man könnte sich ihn theoretisch, ja, wenn man mehrere weiße Rohlinge hätte, könnte man sich auch einen Anti-Eternia-He-Man bemalen. Ja. Ah, herrlich. Das wird natürlich bei mir in Ehren gehalten. Wie all die Customs ich von den beiden habe, muss ich sehr schön aufbauen. Und dann bleiben wir auch sofort bei dem Thema Poking Joe. Denn der Puppengeist hatte was in Auftrag gegeben, wo manche Customizer dran gescheitert sind im Vorfeld. Weil er hatte die Idee, er wollte unbedingt eigentlich eine Glow-in-the-Dark-Barbie machen lassen. Zwei haben versagt, die haben es gar nicht hinbekommen. Katastrophe und Einnahmen könnte ich jetzt nicht sagen. Das wäre, der war nämlich auch auf der Messe. Egal, jetzt auf der Top-Busche, egal. Aber Poking Joe hatte ein paar Wochen gebraucht und hatte ein perfektes Resultat abgegeben. Das war auch das Highlight beim Puppengeist am Stand, ne? Erzähl mal was dazu. Ja, ein Prototyp, muss man dazu sagen. Das ist Glowy, der Prototyp. Ja, Diva-Edition, First Edition, das war die Weltpremiere von Poking Joe und mir. Wir haben halt was gemeinsam auf die Beine gestellt, uns mal getraut, mal was anderes, mal was Verrücktes zu tun. Denn was mit Masters funktioniert, warum sollte man nicht das gleiche mit Barbie tun? Oder besser gesagt, mit einer Ankleidepuppe. Und es gab tatsächlich Interessenten. Denn es kam sogar eine Pressedame von der Tageszeitung und ich fand es lustig. Ich dachte, sie möchte mich veräppeln. Sie hat gesagt, nee, sie möchte ein Foto von dieser Puppe und ich soll mich daneben stellen. Das ist für mich, sage ich ehrlich, mehr als ein Verkauf. Das ist ein Achtungserfolg, das ist eine Ehre. Und damit hat Poking Joe, das habe ich ihm gesagt, ja, perfekte, grandiose Arbeit geleistet. Beim Thema Foto, nochmal, wie gesagt, lieben Dank an dir, Poking Joe. Eine sehr gute Arbeit, top. Ja, er war so glücklich, weil er im Vorfeld war ja natürlich skeptisch. Ich sagte, ach, bei den anderen hat es nicht geklappt, warum soll es jetzt klappen? Und ich habe ihn beruhigt. Ich habe gesagt, was Poking Joe macht, in Händen nimmt, das klappt. Beim Thema Foto nochmal, ich habe nach Jahrzehnten, ja, nach Jahrzehnten habe ich zum ersten Mal ein Autogramm eingefordert, weil ich, ja, als Kind und als Jugendlicher habe ich ja verschiedene Autogramme gehabt von Stars. Und da lief mir unter anderem wieder mal ein YouTube-Kollege über den Weg und von ihm habe ich noch nie ein Autogramm gehabt. Ich wollte eigentlich nie ein Autogramm mehr haben, egal von wem. Außer bei Thomas Gottschalk bekomme ich jetzt demnächst ein Autogramm, ein signiertes Buch, ja, das bekomme ich. Aber eine Autogrammkarte hat mir dann gegeben, ja, hier, der Siti, er war mit seiner Familie da. Und ich habe ihm Siti gesagt, ich habe von dir gar kein Autogramm. Das ist, also Siti, Sascha, du bist der Einzige seit Jahrzehnten, wie gesagt, wo ich ein Autogramm eingefordert habe und auch bekommen habe. Ja, wie geil, ja. Und er hat so reizende Kinder, seine Frau ist reizend, aber die Kinder. Oder der eine Sohn hat mich die ganze Zeit angehimmelt, wie süß, weil er guckt mir immer meine Videos. Und Sascha sagt zu mir, ich wäre für ihn wie ein Hollywoodstar, ja. Ich war so gesehen für ihn der George Clooney, ja. Nochmal liebe Grüße zu euch beiden hin. Ja, Yannick und, jetzt habe ich den zweiten Namen vergessen, sollte nicht drauf sein. Euch beiden, ihr bekommt noch was von mir. Habe ich ihm Sascha versprochen, jetzt habe ich es geteasert. Ihr wolltet ja nicht. Es sollte eine Überraschung werden. Ihr bekommt eine Überraschung von mir. Also nochmal lieben Dank, Sascha, wieder ein tolles Gespräch geführt bei uns beiden. Und ich habe auch auf der Messe gehört von großen YouTubern, dass sie auch überrascht waren, dass du so groß bist. Weil der Sascha sitzt hier mal an seinem Tischchen, ja, und dann sieht das gar nicht so groß aus, wie er ist. Der ist aber gefühlt ein Doppelmeter groß. Und das ist eigentlich so, das habe ich ihn so getauft, das ist der Hulk unter den Masters Review, äh, ja, unter den Masters Reviewern. Da liebe Grüße zu dir hin, na, äh, ich glaube Bochum müsste das sein, ne. Ich glaube, es war Bochum. Dann hatte ich auch noch einen lieben Kollegen getroffen. Ach, das ist lustig eigentlich. Den hatte ich ja letztes Jahr kennengelernt. Er hat einen ganz großen YouTube-Kanal mit, glaube ich, über 6000 Abonnenten. Er ist super lieb, er kommt aus Dresden, ne, aus Dresden kommt, ja, liebe Grüße auch zum Osten hin, ne, liebe Grüße in den Osten. Da habe ich auch sehr viele Zuschauer. Und er hat den Kanal Dinosaurus Toys and Merchandise. Der Name ist ein bisschen orientiert am Star Wars-Sammler. Und er war natürlich auch Inspiration für den lieben Patrick, ja, lieber Patrick. Der Star Wars-Sammler hat immer zu ihm gesagt, Dinosaurier. Thomas, ja, er heißt Patrick. Aber trotzdem lustig, ne. Hier nochmal, hat er mir ein Poster gegeben von seinem Kanal, ja. Spektakulär, ja. Und mit Patrick, ja, saßen wir noch. Und da müssen wir mal sagen, wir machen das mittlerweile zur Tradition wohl, dass der Puppengeist und ich immer die letzten zwei sind, die den Parkplatz verlassen und die Toy-Plosion beenden damit. Weil alle anderen sind dann schon gegangen, alle anderen sind weg. Und wir fahren immer zum Schluss, das war letztes Jahr so, und dieses Jahr am Sonntag. Um 20.35 Uhr genau, haben wir den Laden so gesehen abgeschlossen. Es war keiner mehr da. Und der Patrick und, wie hieß der andere? Da haben wir vergessen, er war aus Spanien. Eigentlich aus Spanien, wohnt aber lange in Deutschland. Dann waren wir noch, da saßen wir wirklich noch zwei Stunden, zwei, drei Stunden saßen wir da. Und zwar neben der Toy-Plosion, da war das Buffet noch aufgebaut. Alle waren weg, auch die das Buffet hätten uns anreichen können. Es war alles kalt, aber da haben wir noch gegessen noch. So, und dann... Wertschätzung! Wir haben wirklich noch vieles gegessen, mal wegzuschmeißen ist schade. Und kalte Pommes bei tollen Masters-Gesprächen zu führen, ja, ist schon ein Highlight. Deswegen, liebe Grüße an den letzten Verbliebenen der Toy-Plosion. Ja, es waren, ich glaube, der Peter hat erzählt, über 2.600 am Samstag da und ich glaube 1.300 und paar zerquetschte am Sonntag. Also super geil, zwei Tage waren top. Es geht weiter, ich verrede mich hier ein bisschen wieder mal. Dann habe ich mir natürlich auch da meine vorbestellten Exklusives abgeholt. Ja, da war ich ja richtig scharf drauf. Hier seht ihr mal, dieses Doppelpack war ja bei vielen beliebt schon im Vorfeld und viele waren traurig, dass das nach innerhalb von 5 Minuten damals Ausverkauf war. Und man hatte natürlich an beiden Tagen die Chancen, an jedem Tag, also am Sonntag, konnte man noch 100 freiverkäuflich da erwerben. Aber die Schlange war natürlich mega groß und auch sehr schnell weg. Am Sonntag gab es nochmal 100 weitere zu kaufen. Und am Schluss kamen ein paar Leute, die sind sehr wahrscheinlich vorher gegangen und hatten vergessen, ihre Vorbestellung abzuholen. Dann gab es, glaube ich, in der letzten halben Stunde hatte man die Chance, nochmal bis zu zwei mitzunehmen. Ja, das haben auch viele gemacht und ja, ich habe es leider dann verpasst, weil ich war dann wieder in tiefen Gesprächen. Deswegen habe ich mir meine zwei abgeholt und ja, ein tolles Doppelpack. Und das Traurige war da dran, wir wussten es aber vorher schon, es gab natürlich den einen oder anderen Scalper. Aber ja, das am Samstag war schon soweit, sobald sie ausverkauft waren, hat jemand schon ein Foto vom Parkplatz gemacht mit diesem Package und hat es bei Ebay für 600 Euro reingetan. Ja, und jetzt mittlerweile habe ich eben geguckt, kurz bevor ich hier aufzeichne das Video, habe ich mal geguckt, im Durchschnitt wollen die Leute dafür circa 250 Euro bis aufwärts haben. Ja, also, na, und wer dazu, sollte man natürlich dieses Doppelpack, weil es natürlich für viele so wertvoll ist, ja, kann man es natürlich nochmal in einen sogenannten Sour-Käse rein tun, was aber kein Sour-Käse ist. So eine schöne Schutzumwandlung, ja, habe ich mir natürlich auch geholt, leider nur eins. Auch noch nicht mal ausgepackt, ja. Werde ich auch bei Zeiten, werde ich dieses bei den Origins-Giganten auch tun. Nun, dann sind wir auch noch was dabei, was es auf der Toy-Plosion-Exklusiv gab, und zwar, ach guck mal hier, der Patrick hat mir auch von seinem Kanal noch Dinosaurus Toys & Merchandise, hat er mir noch so seinen Button gegeben, liegt auch noch, sieht man gar nicht, das ist unscharf, ne, aber Button war noch mit dabei. Dann gab es natürlich auch diese Tassen, ja, die kosteten 15,90, ja, Slime Pit Kaffeetassen, ja, die musste ich natürlich auch haben, habe ich mir natürlich ein paar gesichert, ein paar, vor allem drei Stück habe ich gut, davon geht eins natürlich für jemanden weg, der es gerne hätte, da steht auch noch drauf, 2024, damit man weiß, das war ein Toy-Plosion 2024-Exklusiv. Ja, und dann geht es ja weiter, dann gab es auch noch tolle Leute, ach guck mal hier, so ist, das war ja auch Hammer, weil wir die letzten waren, die die Halle verlassen haben, auch dieses, äh, Arenal, äh, war noch in der Halle selber, gab es noch so viel Liegengebliebenes, äh, guck mal hier, diesen Stapel an, äh, Aufklebern, guck mal das an, das lag da noch, ja, die Arbeiter waren nur noch da, die die Halle abgebaut haben, oder fast abgebaut hatten, lag das da noch am Empfangstresen. Und es ist ja wirklich zu schade, um wegzuwerfen. Ähm, ich werde das natürlich nicht für mich behalten, das ist ja sinnlos, was soll ich mit so viel aufklebern? Ich werde das irgendwie mal, äh, den einen oder anderen verlosen, oder verschenken, ne, ich werde es nicht verkaufen, obwohl, 600 Euro, ein Toyplosion-Exclusive, nein, Scherz, äh, fand ich es so schade, um wegzuwerfen, auch sehr viele Poster, da gab es auch sehr viele Poster, und zwar, das will ich jetzt nicht ausrollen wollen, aber hier, das gab es nicht auch zu den, äh, Doppelpacks gab es dabei, die kosteten, also falls ihr überlegt, einen, äh, Doppelpack bei Ebay zu kaufen, überlegt euch, er kostete im Verkauf 79,90, ja, bei der Toyplosion, 79,90, und dazu gab es dann immer noch so ein Poster mit dem Artwork von Simon Eckert, der auch da war, ja, der hat auch da Sachen signiert, auch Sachen verkauft, und da waren so viele Poster, die im Endeffekt, äh, ja, weggeschmissen werden, und das ist so schade, aber das kann man nicht alles mitnehmen, unser Auto war ja rappelvoll, wir konnten nichts mehr mitnehmen, ich weiß gar nicht, ob der Patrick was mitgenommen hatte, äh, obwohl er gar kein richtiger Masters-Fan ist, aber er guckt nur wegen meinem Labern, guckt er die Masters-Video, er mag ja lieber Dinosaurier, ja, und apropos Dinosaurier, wie gesagt, der Star-Wars-Sammler war ja da, ne, der Dino, der Dinosaurier, ja, der Toy-Reviewer, und da haben wir ja auch, boah, was haben wir da zusammen mit der Judith, was haben wir da Gespräche geführt, auch Judith Hildebrandt, ja, die Dame von Hugo, ja, die, das Gesicht von Hugo, ja, die feierte auf der Toyplosion ihr 30-jähriges, ähm, ja, Fernsehjubiläum, obwohl sie hat mir gesagt, 1987 war sie schon mal, in einem Film zu sehen, aber 1994 startete ihre Fernsehkarriere mit Hugo, und das sind jetzt 30 Jahre her, und 25 Jahre war es her, wo sie ihr erstes Musikalbum aufgenommen hatte und veröffentlicht, Judith, das ist ein, das ist auch so ein Herzensmensch, genau wie der Star-Wars-Sammler, ja, und dann saßen wir da, irgendwann kam die Judith dazu, und sie ist ja auch wirklich lustig, sie hat auch sehr toll getanzt auf der After-Show-Party am Samstag, und deswegen, falls Leute mich gesehen haben am Sonntag, ja, irgendwo auf der Toyplosion, und die haben gesagt, mein Gott, sieht der Marc alt aus, ja, das ist schon wirklich, weil ich war so müde, weil wir waren wirklich sehr lange da, und jetzt kommt eine Anekdote, es wird, ihr merkt, es wird wieder ein längeres Labervideo von mir, ich entschuldige mich jetzt schon mal, ihr wollt eigentlich sehr Sachen sehen, was ich mir geholt habe, aber ich muss ab und zu auch mal sehr viel reden. Am Samstag, wir wollten eigentlich, wir wollten eigentlich gar keine After-Show-Party mitmachen, weil wir sagten auch, wir müssen am Sonntag nochmal da hin, ja, sehr früh, sonst sehen wir richtig zerknittert aus. Ja, das war unser Plan, aber im Laufe des Tages kristallisierte sich heraus, dass die After-Show-Party eigentlich cool sein wird, wie letztes Jahr bestimmt. Und so sind wir also geblieben. Wir sind dann nach 18 Uhr, haben wir erstmal ein paar Sachen zusammengepackt und sind dann zur After-Show-Party gegangen. Zuerst standen wir neben der Halle, haben da zwei Stunden geredet, und ab 8 Uhr sind wir dann rübergegangen und dann hat Judith angefangen zu tanzen, ja, weil der Herr Schiffrock, auch liebe Grüße zu dir hin, hat auch, wenn die Musik nicht unbedingt immer mein Geschmack war, bin ich in die Halle gegangen und da lief erstmal Captain-Future-Musik. Ey, das war ja schon mal geil, ja, Kindheitserinnerung, Captain-Future, da gab es mal nebenbei, da gab es auch die Statue, die im März veröffentlicht worden ist, gab es auch da zu kaufen, aber, ja, ich habe es nicht geholt. So, das Geld wäre da, aber ich war am Knausern, ne, kennt ihr das? Ja, egal. Dann haben wir uns unterhalten, haben auch da tolle Leute kennengelernt, da habe ich auch tolle Gespräche geführt mit Marc vom Comic Cave und auch Jalins, den Jalins hatte ich auch am Samstag, hatte ich ihn auch ausführlich, hatte ich ihn zum ersten Mal gesehen, auch interviewt. Sonntag hatte ich den Marc noch interviewt, ja, und dann hat Judith angefangen zu tanzen, sie hat da Stimmung reingebracht, ja, wo ich dachte, man, sie tanzt so eine Musik, wo ich noch nicht mal, wo ich dachte, die Musikinstrumente wären erst gestimmt. Aber egal, aber trotzdem, Schiffrock hat die Bude gerockt, ja, es war cool. Und da waren wir etwas länger geblieben, da sind wir um ca. 21.30 Uhr, haben wir denn die Segel, wollten die Segel streichen, der Michel, der Bauten, der Sterbende Zeit, der He-Fan und auch, jetzt ist der Name entfallen, noch jemand, ach, das tut mir jetzt auch leid, weil es dann so netter ist, oh, den habe ich mal auf He-Fans Geburtstagsparty kennengelernt. Naja, da sind wir auf alle Fälle zum Parkhaus gegangen, weil wir wollten unser Auto rausholen, wir kommen am Parkhaus an, ja, weil das Tor zu, das Tor war zu. Wie kommen wir jetzt an unserem Auto ran? Also, der Puppengeist hatte schon ein bisschen Panik, dann sind wir zurückgegangen zur Party und haben da einen Security-Mann gefragt, ein sehr netter Security-Mann, der war ein bisschen überfordert, hat dann per Funkgerät sein Kollege gefragt, der wusste eigentlich auch nicht, wir sollten nochmal gucken gehen. Und dann sind wir nochmal gucken gegangen und, ja, irgendwann entdeckte der He-Fan einen Seiteneingang und da konnten wir auch zu unserem Auto, nur das Tor blieb trotzdem zu, wir kamen gar nicht rausgefahren. Dann sind wir alle, ja, sind wir alle denn durch das ganz große Parkhaus gegangen, das war gefühlt zwei Kilometer lang, ja, und ganz am Ende, seitlich, gab es noch ein Rolltor, wo man hätte rausfahren können. Problem war, wir haben es getestet, geht gar nicht, das funktioniert nur mit Auto, das heißt, wir durften nochmal diese gefühlten zwei Kilometer zurücklaufen, das Auto holen und dann ging das. Es war so ein herrlicher Hall in diesem Parkhaus, ja, da konnte man locker diesen Werbespruch machen, Ricola, und das hat so nachgehalten, ja. Es gibt so lustige Videos, ich weiß gar nicht, ob ich die zeigen soll, das muss ich fragen, das hat mal der Baum der sterbenden Zeit, der Michel, der mit seinem Masters TV auf YouTube, der hatte Handy-Videos gemacht, der hat mir erst heute Morgen zugespielt und ich wusste nicht gar nicht, dass es mitgedreht worden ist. Eigentlich lustig, die Verzweiflung zu sehen, aber auch unsere Freunde, obwohl es nicht keine richtige Freude war für den Puppengeist und Milch, weil wir hatten echt Angst, dass wir im Parkhaus schlafen müssen bis zum nächsten Morgen. Aber wir kamen raus und so waren wir gegen, kurz nach elf waren wir in Düsseldorf und waren platt und wir mussten am nächsten Tag wieder um Viertel nach sechs aufstehen, damit wir um 10 Uhr die Gäste auf der Tollplosion begrüßen konnten. Ja, das ist was, ne. Und der Star Wars Sammler war ja auch da, den haben wir ja natürlich auch mit der Kamera, haben wir ihn natürlich überrascht und ja, der hatte uns natürlich auch was mitgebracht, was natürlich für jeden, ihr wisst ja, wenn man auf der Tollplosion ist, da ist der Star Wars Sammler zusammen mit der Judith, die tun ja Gutes, sie verschenken ja immer viele Actionfiguren aus dem Masters Bereich, aber auch aus Star Wars Bereich, was auch immer und sie signieren das. Und er hat mich gesehen, ich wollte eigentlich nur mal kurz was abfilmen und der hat meinen Namen gerufen, BUMO, BUMO TV und er hat mir was überreicht, auch den Puppengeist und zwar diese Münzsammlung, ne, in D-Mark. Guckt euch das mal an. Er hat von der Puppengeist eins bekommen und ich. Da denke ich mir so, ey Thomas, wo machst du sowas? Das ist so abgefahren, ne. Da erinnert mich, wenn Nostalgiegefühle waren, ne, die deutsche Mark. Fünf Mark, ein Eiermann, ne, kennt ein Eiermann, ne? Ein Eiermann, ein Eiermann ist was anderes. Ein Eiermann, wie cool, ne? Vom Bayerisches Hauptmünzamt München. Nochmal vielen Dank, Thomas. Und er hat auch noch Sachen mitgebracht, hier. Hier eine Barbie-Kassette mit dem Matchbox-Auto für den Puppengeist, ne? Ja, eine Barbie-Hörspiel-Kassette, weil, na klar, Puppengeist mag Barbie. Und die Hörspiele mag ich ja auch. Das habe ich ja mal vor ein paar Jahren auf meinem Kanal gesagt. Hört euch mal die alten Barbie-Hörspiele an. Da sind sehr viele Stimmen mit dabei aus dem Masters-Universum. Und Norbert Langer, unser Adam und He-Man als Erzähler. Herrlich. Und dann hat mir jemand, jetzt habe ich den Namen leider vergessen, dann auch da am Asche auf meinem Haupt, da habe ich auch Geschenke bekommen. Vielleicht kannst du mir unten mal reinpusten, ob du das warst jeweils, ja? Stands hat er mir gemacht für meine Origins. Und zwar, das können wir doch eigentlich mal aufmachen. Komm, wir machen es jetzt mal auf. Da war es so gerührt. Der hat mir ein paar Stands gemacht. Und zwar, guckt euch das mal an. Da kann man hier zum Beispiel die Vintage-Figuren reintun, oder auch die Origins, damit die nicht umfallen. Und hier unten drunter steht, BUMU TV. Ja, so ist mein Kanal. BUMU TV. Wie geil ist das? Und davon hat er mir einige gemacht. Lieben Dank, ja? Auch wenn ich den Namen jetzt nicht mehr drauf habe. Das ist immer so peinlich, ja? Weil ich habe es ja nicht mit Namen. Ihr wisst ja, ich vergesse ja sofort Namen, ja? Und manchmal kommen Leute auf mich zu. Ich habe die vom Gesicht, kenne ich die vom letzten Jahr zum Beispiel. Und dann fallen die mir Namen nicht sofort ein. Das tut mir dann immer leid. Das hört dann wirklich immer so oberflächlich. Aber ich habe dann so Probleme mit Namen. Ich habe schon so eine Demenz fast, habe ich gefühlt. Und die Sache sind ja einige drin. Da freue ich mich richtig. Das werde ich auch nochmal schön irgendwann mal, so schön mal nochmal zeigen. Herzlichen Dank. Und dann war ich ja, wie gesagt, öfter mal, ich war ja fast nur unterwegs, ja? Weil ich musste ja was drehen. Dann war ich aber auch, ich habe auch so viele, so tolle Gespräche geführt mit verschiedenen Leuten, die auf der Con waren. Ja, in zwei Tagen habe ich so viele Leute wiedergesehen, aber auch kennengelernt, tolle Gespräche geführt. Dann war auch manchmal das Problem, dann waren die beim Puppengeist am Stand und dachten, ich bin mit dabei. Die hatten die Hoffnung. Natürlich war ich dann unterwegs, aber dann haben sie mir was hinterlassen. Und da gab es eine nette Familie, sagt mir der Puppengeist, hat mir Grüße dagelassen, ja? Im Auftrag dieser netten Familie. Die haben den Puppengeist das mitgebracht, aber weil die natürlich meinen Kanal verfolgen, wissen sie, was ich sehr gerne esse. Und das ist natürlich bei mir, wer Essen mitbringt, hat bei mir natürlich voll das Brett. Also haben sie mir hier vier Tafeln Schokolade von dieser Firma mit dem K mitgebracht. Kinderschokolade. Oh, lecker. Wie geil ist das? Nochmal vielen Dank. Ihr könnt euch auch gerne mal unten reinposten. Wer das genau war, dann würde ich mich nochmal persönlich bedanken. Lecker. Das war eine Challenge, das gab es schon am Samstag. Und das war eine Challenge, das noch zuzuhalten bis heute am Montag, weil ich wollte es noch zeigen. Es wäre doof gewesen, wenn ich euch eine leere Packung gezeigt hätte, weil, kennt ihr das? Man isst ein Riegel und man muss direkt zwei, drei, vier, neun nachschieben. Gut, schlanke Leute kennen das vielleicht nicht, aber etwas korpulentere wie ich. Lecker. Vielen Dank. Voll ins Rote getroffen. In Schwarze heißt das. In Schwarze getroffen. Darf man das noch so sagen? Voll ins Farbige geschossen. So. Knallscherz. Dann wieder ein Geschenk. Da habe ich den Namen leider auch vergessen. Ach, da Asch auf mein Haupt. Da gab es jemand, der wusste, ich bin Captain Future Fan. Er wusste aber nicht, dass ich dieses Teil, was er mir geschenkt hat, schon habe. Das war ihm eigentlich peinlich. Muss ihm aber gar nicht, weil es ist geil, sowas zwei, dreimal zu haben, weil ich trinke ja gerne Kaffee. Eine Captain Future Tasse. Und das ist eine coole Captain Future Tasse. Ihr kennt sie vielleicht aus meinen Videos, wenn ich manchmal so einen Captain Future Beitrag gemacht habe. Die liebe ich. Und es ist gar nicht schlimm, dass ich jetzt nochmal habe, weil ich habe ja ab und zu auch mal Besuch. Und dann kann man mal so einen Captain Future Kaffee Battle machen hier. Aber vielen, vielen Dank. Hat mich mega gefreut. Das ist auch so schön, wenn man was geschenkt bekommt. Ich mag ja beschenkt zu werden. Ja, wer mag das nicht? Ich schenke es sehr gerne. Ich mag es aber auch, beschenkt zu werden. Dann sehe ich auch noch hier nochmal einen der City Aufkleber. Ja, hat er mir auch dagelassen. Dann gab es ein Autogramm. Und zwar hier ein Autogramm von Peter Hohl und Eduard Zimmermann. Also die beiden haben es mir jetzt nicht, also persönlich übergeben, weil beim Eduard Zimmermann wäre es schwierig. Ja, Gott hat ihn selig. Aber Peter Hohl ist ja auch über 80. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Das war aber, glaube ich, bis 1978 war das die linke Hand von Eduard Zimmermann bei Aktenzeichen XY ungelöst. Vielleicht wisst ihr das. Das ist meine Lieblingssendung. Das ist immer, was ich mir immer, das Einzige, was ich mir immer live angucke, im Fernsehen. Oder beziehungsweise live in der Mediathek. Wenn ich das nicht schaffe, dann natürlich in der Mediathek als Aufzeichnung. Aber Aktenzeichen XY ungelöst oder auch gelöst. Da gibt es verschiedene, oder es gibt ja verschiedene Ableger. Liebe ich. Obwohl Aktenzeichen XY History war nicht so mein Fall. Ein neues Spin-off Format. Das war mir, das ist auch ein langes Thema, ist auch geil, aber das habe ich auch bekommen von Fabian. Nochmal lieben Dank, Fabian, dass du mir das überlassen hast. Und zum Abschluss, wie ihr merkt, ich habe, oder habe ich, ich gucke jetzt gerade, habe ich das vergessen? Nein, ne? Das wäre peinlich, wenn ich irgendwas vergessen hätte. Aber ich glaube, das war auch alles, ne? Und zum Abschluss hat mir der Carsten, hat mir ein Comic überlassen. Und zwar ein Anti-Eternia-Mini-Comic. Hier, schaut euch das mal an. Wie geil ist das? Ein Mini-Comic-Soft-Folge 11 Anti-Eternia. Das wurde mir geschenkt. Ach, herrlich, ne? Carsten Klinsch. Hier. Nochmal vielen Dank, Carsten. Werde ich mir durch... Wie geil. Und wie cool das gezeichnet ist. Müsste man theoretisch auch mal zeigen, eine Review zu machen, oder? Könnte man auch gerne unten reinposten, ob ich das mal irgendwann machen soll. Ähm, dann werde ich natürlich auch machen, ne? Vielen, vielen Dank. Ja, das waren so meine kleine Ausbeute. Und, äh, jetzt möchte ich euch noch ein, zwei Ausschnitte zeigen, worauf ihr euch in den nächsten Tagen hier auf WUMU TV freuen könnt. Freuen könnt. Ja, was ich so auf der Toy-Plosion erlebt habe. So kleine Appetizer. Und dann schaut mal regelmäßig bei mir am Kanal vorbei und dann könnt ihr vielleicht eins von zwei Videos sehen oder direkt guckt ihr euch zwei Videos an, äh, weil ich habe an beiden Tagen gedreht. So, was hast du dir alles geholt? So, das ist alles für die liebe College, ne? Kassetteaufsteller, Case, first case. Wow, guck hier. Kommen die Leute schon auf dich zu und sagen, hey, mit dir bin ich groß geworden? Ja, das ist auch schon passiert. Ich habe dich ja geguckt, als ich ein Kind war. Außer auch Judith. Judith, bist du mit ihm groß geworden? Bin ich groß geworden? Ich bin immer noch 1,45. Die uns quasi kennen, die wir immer in unseren Live-Chats oder in den Kommentaren. Einen Moment. Achtung, hier, ich liebe Durchsage. Ihr habt jetzt noch circa 10 Minuten Zeit, eure vorbestellten Exclusive-Doppelpacken und Acryl-Cases abzuholen. Wer seine Exclusives in den nächsten 10 Minuten nicht abholt, verliert leider das Recht darauf. Was noch übrig ist, geht dann als Restkontingent in den freien Verkauf. Also ab jetzt noch 10 Minuten, bitte die Exclusives abholen. Ihr habt jetzt noch 10 Minuten Zeit. Vielen lieben Dank. Man muss sich das vorstellen, ja. Ich bete diese beiden, Janis und Marc, oder Marc und Janis, vom Comic-Cave-Talk, ja, die auch immer tolle Tresengespräche machen, auch noch liebe Grüße zu euch hin, weil ich weiß, ihr guckt euch meine Sendungen an, das habt ihr ja gesagt, ihr guckt euch von vielen YouTubern Sendungen an, auch gerade zum Thema Masters. Ich möchte gerne so, lasst euch mal kurz reflektieren, wie war die Tollplosion, ja, und dann der, ach, Ferro, ja, der ergibt, was er mitbekommen, ergibt dann auf der Bühne, wo wir gerade drehen, lautstark bekannt, ja, das habt ihr gehört, haben wir aber lustig, wie die beiden darauf reagiert haben, ne, das ist aber lustig, ich liebe das, ja, es war, die beiden vielleicht, aber die haben es auch das Beste draus gemacht, ich hab gelacht, ich fand's lustig, ja, die eine oder andere Situation seht ihr denn in den Videos, also haltet eure Augen offen, ich vermute mal, die erste Folge von BUMU TV, Spezial wird morgen online gehen, ich bin bemüht, das zu machen, bemüht ist gleich sechs, ich weiß das und dann kann ich zum Abschluss des Videos nochmal mein Fazit sehen, ähm, es war wirklich eine Tollplosion, ja, die war jetzt nicht, für mich ist die nicht getoppt worden, die war gleichbleibend, ja, aber gleichbleibend geil, ich kann es nur empfehlen, falls ihr nicht da gewesen seid, letztes Jahr und dieses Jahr nicht, oder ihr wart letztes Jahr da und dieses Jahr nicht, kommt auf alle Fälle vorbei, ja, nächstes Jahr soll es wieder eine Tollplosion geben, dann sehr wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich die Option auch, ähm, dass an einem Tag mit zwei Hallen dieses begangen wird, das ist natürlich noch nicht final, aber die Idee ist im Raum, die beraten gerade die Orga, ja, von der Tollplosion, womit wir uns auch sehr herzlich wieder mal bedanken, für einen, oder für zwei schöne, wundervolle Tage, nochmal vielen Dank, Peter und seine Crew, ja, und, äh, jenem, den ich gefragt habe, hat es gefallen, jenem, es war auch so eine positive Stimmung, auch das Essen war lecker, okay, einmal meine Pommes, die ich bekommen habe, die war salzig, ja, da muss man sagen, vielleicht war der Küchenchef, war gerade verliebt, oder war vielleicht auch irritiert, dass ich da mit der Kamera stand, aber ansonsten war das Essen lecker, wie ich auch sagte, wo alle Leute weg waren, bis auf vier Leute, wo draußen noch das Buffet aufgebaut war, und keiner war da, auch nicht Leute, die hätten uns das geben können, es war keiner mehr da, weil keiner wusste, warum steht denn nur noch das Buffet, wer soll das denn essen, ja, egal, selbst kalt war das Essen noch lecker, was soll das, ne, Patrick, ne, die hat es ja auch geschmeckt, ne, ähm, auch die Preise, da muss ich auch immer noch sagen, nochmal, Preise, wie es bei Conventions ist, sind manchmal bei manchen Händlern gesalzen, da muss man manchmal sagen, mein Gott, ein bisschen übertrieben die Preise, aber der Hauptteil, wenn man wirklich ein bisschen rumgestöbert hat, hat man sein Lieblingsteil, was man gerne hätte, was da andere Händler vielleicht so überteuert angeboten hat, hat man dann günstig da gesehen, man muss immer, wie auch im richtigen Leben, wenn man online ist, man muss Preise vergleichen, rate ich immer, egal welche Convention, kauft nicht sofort, weil man einen Impuls hat, ach, man muss sofort haben, bevor es weg ist, schaut euch in Ruhe um, und holt euch das Günstigste, was ihr bekommen könnt, das kann ich nur so sagen, weil sonst zahlt man wirklich drauf, zum Beispiel gab es da ein Fünferpack Lords of Power, da kam ein Zuschauer von mir an meinen Stand hin, oder vom Puppengeist stand, und sagte, ich habe eine Nachricht für dich, ich wollte mir eigentlich das Fünferpack holen, Lords of Power, bei dem und dem Anbieter, das kostete da knapp 700, ich bin dann zwei Reihen weitergegangen, und da stand es für 320, das zum Beispiel, ich habe es auch gesehen, mit einer Captain Future, wie ich sagte, Captain Future Statue, einer wollte 1000 Euro haben, für diese Future Statue, wo es nur 399 Stück gibt, und dann habe ich weiter geguckt, da hat jemand angeboten, diese für 800 Euro, plus einer tollen Plexiglas-Behausung, ja, also, ich habe es aber auch nicht geholt, ich hätte es gehabt, aber, kennt ihr das, im Nachhinein bereut man Entscheidungen, ich hätte es vielleicht doch holen sollen, weil die Future Statue sieht so geil aus, seht ihr das, wie geil die aussieht, die ist so geil, weil die war ja, die wurde ja von dieser Firma angeboten, wo ich den Namen jetzt nicht weiß, für 469 Euro, da kam ja noch Zoll drauf, im Endeffekt hat man ca. 550 bis 600 Euro, hätte man dafür gezahlt, und dann fand ich 800 ganz moderat, 800 ist das, das war ein richtig fairer Preis, das sind so Entscheidungen, die man dann bereut, aber wie gesagt, ihr müsst Preise vergleichen, ganz wichtig, auch in Zukunft, und mein Tipp nochmal, falls ihr auf eine Con geht, ja, und ihr habt ein Budget, und ihr habt Angst, ihr überschreitet dieses Budget, nehmt Bargeld mit, lasst die EC-Karte zu Hause, am besten macht ihr euer Handy aus, oder lasst es auch zu Hause, damit ihr gar keine Chance habt, Paypal zu zahlen, und dann arbeitet mit dem Geld, was ihr habt, und so seid ihr anschließend nicht da, und sagt, mein Gott, ich habe jetzt das Doppelte an meinem Budget, ausgegeben, das ist auch ein kleiner Tipp, der wichtig ist, weil viele, haben das nicht so im Griff, mit dem Geld, ja, und dann geben sie viel mehr aus, und der Rest des, der Woche, oder des Monats, wird dann nur, Nudeln mit Ketchup gegessen, ich kenne das, es ist sehr schwer, weil ich bin auch einer, sehen, haben wollen, ja, das nur mal am Rande, das sind so die, mahnenden, und warnenden Worte, ja, zum Schluss dieses Videos, ja, vielleicht als kleiner Tipp, wenn ihr auf eine Con geht, und, ja, und wenn man sehr nett ist, so den Händlern, bekommt man manchmal auch einen kleinen Rabatt, ja, das kann man auch mal fragen, ganz lieb, kann man vielleicht, nicht so, kann man am Preis was machen, ne, man muss vielleicht fragen, kann man vielleicht ein bisschen runtergehen, ich habe nur die in dem Betrag, ja, wenn es nicht so gravierender Unterschied ist, sollte sich doch da was machen, zu lassen sein, boah, war das ein deutscher Satz wieder mal, ihr kennt das von mir, ja, und da möchte ich mich natürlich auch bedanken, bei jedem Einzelnen, der bei uns, beziehungsweise beim Puppengeist am Stand war, das ist auch natürlich auch im Namen des Puppengeistes, der gerade mit Ludwig Gassi gegangen ist, weil Ludwig gedrängelt hatte, deswegen ist er jetzt auch gar nicht im Hintergrund zu hören, da möchten wir uns bedanken, auch für eure lieben Worte, die da gefallen sind, ja, der Puppengeist war da richtig gerührt, und ich war natürlich auch gerührt, wo ich euch denn in der Halle gesehen habe, wo wir dann miteinander, auch wenn es manchmal viel zu kurz war, geredet haben, ja, das hat, jedes Wort hat uns gut getan, auch im Namen von He-Fan, ja, der hat sich auch immer gefreut, wenn er angesprochen worden ist, ja, da gab es auch so tolle Leute, auch die Händler, die wir wieder getroffen haben, ja, Andi Daniel, ja, der Mann mit den zwei Vornamen, ne, Andi Daniel, ja, der Betreiber von Strong Vision, mit ihm habe ich auch was gedreht, und wir hatten, wir hatten auch tolle Gespräche, hatten wir, ja, mega tolle Gespräche, das hat zum Beispiel auch mein Kosmos wieder bereichert, ähm, aber auch Comics Kult Cinema, ja, der Comic YouTuber, ja, mh, der ist sowieso als Comic YouTuber bei uns voll im Herz, ja, er war extra gekommen, mit seinem Sohn Marvin, ja, auch euch beiden, da haben wir uns mega gefreut, dass wir wirklich lange gesprochen haben, nochmal auch da, Dankeschön, ähm, und dann lässt sich die Kette so fortführen, äh, auch der Food Soldier, 86, ähm, das war auch tolle Gespräche, die wir da hatten, ja, der ist halt ein totaler Turtles-Fan, genauso wie die Sabine, vom Stamm der Sabinerinnen, auch da, liebe Grüße zu dir hin, äh, und ich kann gar nicht erklären, mit wem ich gesprochen habe, nochmal vielen Dank, jedes Gespräch war eine Bereicherung, genauso wie auch hier zum Beispiel auch, ähm, vom, ähm, Retro-Star-Dust, ja, er war auch da, da haben wir uns zum ersten Mal kennengelernt, auch er hat einen YouTube-Kanal, dürft ihr auch gerne da ein Abo hinterlassen, mega toll, leider, weil ich das wenig verpasst habe, ist, äh, der, der Andi von Bergers Vorstellung, leider haben wir uns verpasst, schade, 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 äh, weil der war da, aber wir haben uns da in den zwei Tagen gar nicht gesehen, das ist auch manchmal interessant, man ist in so einer großen Halle mit vielen Leuten, an zwei Tagen, und man sieht sich gar nicht, dann gibt es aber natürlich auch Varianten, dann gibt es natürlich die Variante, man sieht sich öfter, auch Toy Tenor, lustig, ja, auch da eine volle Bereicherung, ähm, ja, und jeden anderen, den ich vergessen habe, vielen, vielen Dank, ihr seid alle bei mir im Herzen drin, und auch hier, der Star Wars-Sammler Thomas mit Judith, nochmal vielen Dank, äh, für die tollen Aktionen, und, äh, Gespräche, und ich freue mich wirklich auf die Toyplosion 25, die auch bestimmt kommen. Damit war's nun, ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hab euch hoffentlich nicht so lange, eure goldene Zeit, äh, vergeudet, ne, und dann sehen wir uns wieder bei einem der nächsten Videos hier auf meinem Kanal, und wie gesagt, ich schätze mal, morgen kommt der erste Teil raus, der Toyplosion 2024, seid gespannt, freut euch da drauf, und habt noch einen schönen Tag, oder einen schönen Abend, schöne Nacht, einen schönen Morgen, wann immer ihr auch das Video geschaut habt, und dann sehen wir uns wieder bei, wie gesagt, einem der nächsten Videos, bleibt sammelmütig, Tschüss!